Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts und da gesehen mit mir den Mann. So, in der letzten Folge ist mal wieder die Aufnahme abgebrochen. Lord Gok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn finden. Viel weg ist, sondern hier mitten im Gespräch, als wir hier reingeguckt haben, es abgebrochen ist. So, ich finde einen Eingang zur Mine. Habe ich hier was? Ja, ein Porträt in der Patsche. Also mache ich hier eine Schnellreise hin. Das ist doch unerhört. Niemand hält Ferdinand Octavius Pratt zum Narren. So, geht es Ihnen gut? Sie scheint ziemlich aufgeregt. Gut? Sehe ich aus, als ginge es mir gut? Ich wurde entführt. Wie können Sie entführt worden sein, wenn Sie hier sind? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich bin ich hier. Ich habe mehr als einen Rahmen. Haben Sie etwa nur ein Haus? Mein anderer Rahmen? Er wurde gestohlen. Und zwar von Schülern. Man heuerte dreckige Diebe an, um meinen Zweitrahmen zu klauen. Tut mir leid, das zu hören. Ich kannte mal ein Porträt, das im Eberkopf landete. Seither hat niemand von ihm gehört. Gut. Zurück zu Ihrem Rahmen. Ah, ja. Ich war gerade dabei, nichtsahnend meine Perücke zu pudern, als diese Schurken auftauchten und mich mitnahmen. Ich kann mir nicht leisten, meinen Posten zu verlassen. Meine Arbeit für den Schulleiter ist wichtig. Und ich brauche meinen anderen Rahmen in den drei Besen. Aber wer ist Historia Cricket? Und was will sie mit ihrem Rahmen? Sie ist eine Viertklässlerin, die ständig Ärger macht. Sie und ihre Bande von Tunichtguten reden vor meiner Nase über ihre Missetaten und verübeln mir, dass ich mithöre. Ich kann nur vermuten, dass sie meinen Rahmen in der törichten Annahme stahlen, mich für meine Arbeit bestrafen zu wollen. Was meinen Sie mit wichtiger Arbeit für den Schulleiter? Sagen wir, ich bekomme in Sironas schönem Gasthaus eine Menge mit. Und der Schulleiter interessiert sich sehr dafür. Er zählt auf mich, was das angeht. Wie damals, als ich Vertrauensschüler war. Wissen Sie vielleicht etwas über den Ort, an dem sich Ihr Rahmen befindet? Können Sie etwas von dort sehen? Aber natürlich! Sie haben mich ausgerechnet in eine Ruine gebracht. Ein baufälliges Gemäuer, umgeben von Wasser, wie es sich anhörte. Oh, und unterwegs habe ich die Küste sehen können. Ich könnte mir die Sache ansehen. Würden Sie das tun? Wunderbar! Aber bitte tun Sie es schnell. Der Ort, an den ich gebracht wurde, ist unter meiner Würde. Dann ab mit Ihnen! Sprich mit Astria Quiddest. In den drei Bielen. Okay. Okay. Ich habe immer wieder Hoffnung. Astria Quiddest. Kommt drauf an. Kriege ich Ärger? Wenn es nach Ferdinand Pratt geht, schon. Du hast seinen Rahmen gestohlen. Gestohlen würde ich nicht sagen. Eher umgelagert. Wie drücke ich das nett aus? Ferdinand Pratt ist ein lästiges Geschwür. Er hat Glück, dass ich ihn nicht eingemauert habe. Ja, der ist wirklich furchtbar, oder? Er spioniert doch eh nur die Schüler hier aus und petzt alles dem Schulleiter. Und wenn es nichts zu berichten gibt, erfindet er einfach was. Letzte Woche musste ich vier Stunden nachsitzen, weil er Black erzählt hat, dass ich plane, den See trocken zu legen. Was immer das heißt. Da platzte mir der Kragen. Er und sein Rahmen mussten weg. Darf ich fragen, wo er ist? Tja, er ist wahrscheinlich bei den netten Herren, die ich dafür bezahlt habe, ihn zu klauen. Sie kampieren in einer Ruine am Meer. Ich wollte ihn nur weit genug weg haben, um nie wieder an Ferdinand Pratt denken zu müssen. Sicher schreit er schon wieder in der Bibliothek herum. Oh, bei Merlins Bart. Wenn du mich fragst, soll er sich nicht beschweren. Er hätte auch im Eberkopf landen können. Das hätte er gehasst. Schmutzige Wände, Ziegengeruch. Und die Kundschaft erst. Die verspeisen feine Prinzen wie ihn zum Abendessen. Aber es ist, wie es ist. Er ist nicht mehr hier und ich finde, das sollten wir genießen. War nett mit dir zu reden. Okay, ich finde den... Wo ist der denn? Weltkarte? Natürlich auf der Seite. Okay. Das heißt... Hä? Hier war ich doch schon. Habe ich nicht hier an dieser Stelle auch ein Boa gefunden? Ich mache hier eine Schnelle Reise hin. So, jetzt noch eben hier... ...den Schnellreisepunkt markieren. Und dann darüber fliegen. Ich glaube, ich könnte ja hier ein bisschen Magie einsammeln. Oh! Ich... So... So... Alohomora! also geld und ich dachte ja krieg ich mir nicht angezeigt was er jetzt natürlich auf der toilette da hoch achi den gardium leviosa Achio! So. Ups. so dann auch hier hoch dann ist hoffentlich auch hier es fängt an zu regnen wenn professor feck das nur gesehen hätte so Gibt's hier nicht... Oh, hier ist wie ein Labyrinth Wie sammeln? Warum kann ich das hier jetzt nicht lesen? Rebellion So, da ist eine Truhe So So Gibt's hier nicht auch Dörfer? Ja, aber er ist hier hinten, okay Da drüben Rebellion Sie können sich ja gar nicht... Was ist das hier alles? Hier sind wieder ein Luftballon... Mann, ich bin da durchgeflogen... Da ist ein Troll... Da ist ein Troll... So... Also da drüben... Das muss irgendwo der Rahmen sein... Das hört sich eigentlich ein bisschen verzögert... Das hört sich halt an... ...davor zurück zu schlagen. Wie feinlich. Okay. Das mache ich irgendwann später. Aber ich glaube, ich muss in die Höhle. Wo geht es denn hier runter? Da. Ach ja, manchmal muss man auch hier mal Glück haben. Dass man sofort das Richtige findet. Ja. Ja. Wenn Sie mehr als eine Gehirnzelle hätten, wäre Ihnen klar, dass ich unversehrt und in den drei Besen mehr wert bin. Warum das? Was, wenn ich Sie in den Eberkopf bringen würde? Er hat einen guten Ruf. Wie überaus amüsant. So dann, in die drei Besen bitte. Man vermisst mich sicher schon sehnlichst. Und tragen Sie mich gefälligst vorsichtig, ja? Ja? Meine Hosen sind schon ganz zerknittert. Wo haben Sie mich hingebracht? Es ist stockduster hier. Das werde ich nicht dulden. Rebellion. Ich bringe ihn doch nicht in die drei Besen. Sieht interessant aus. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, das kann sein. Das sah ja auch gerade da hinten so aus, als ob das da so eine Höhle von den Assassinen ist. Ach ja. Ach, hier ist ein Schnellreisepunkt. Mal schauen, was deine Leiche in den Taschen hat. Rebellion. Ist er gut? Ist er böse? Er ist wohl gut. Schreit doch förmlich dazu. Oh. 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 Ah. Oh. 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 da wie komme ich da rein doch hier schon Lumos Akio Kapingo Akio Ja Achso Engadium Lidiosa Achio, Engadium Leviosa. Okay, ich hoffe, das war so gedacht. Jetzt mache ich eine Schnellreise zurück hier. Da, das ist ja Eberkopf hier, ne? Ja. Ich muss doch sehr bitten, das ist kein Ort für gehobene Gesellschaft. Nicht mit all diesen Gräueln hier drin. Was soll das bedeuten? Das sind nicht die drei Besen. Stimmt genau. Dies ist der Eberkopf. Sind Sie in einen Kessel mit Blödrank gefallen? Sie haben mich zum falschen Ort gebracht. Es ist absolut abstoßend hier. Versuchen Sie es doch mal. Vielleicht gefällt es Ihnen. Doch. Doch. So. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schau. Du bist da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020